Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Forza Horizon 5 Video und wir haben uns im letzten hier schon so ein neues Muscle Car anguckt, den Plymouth Barracuda und ich wollte mir aber noch unbedingt den anderen angucken. Das wird bestimmt nicht so viele Leute interessieren, aber ich habe da einfach Bock drauf. Erstmal ist es ein neues Auto, das schon mal cool ist, interessant, weil es gab es halt vorher nicht. Macht ja Sinn bei einem neuen Auto. Wir haben auch noch keinen Muscle Car gehabt. Jetzt müssen wir mal ein paar Muscle Cars machen. So, ich kann nur beide einsammeln, oder? Dann muss ich mir das irgendwie versuchen zu merken, dass ich irgendwann nochmal den Zenwo mache, weil den habe ich auch noch nicht gemacht. Sehr geile Farbe. Oh, dieser Sticker hinten könnt ihr nicht sehen. Gucken wir gleich nochmal. Alter, das ist mal eine geile Farbe, ne? Das ist auch cool hier hinten. Lass uns doch nochmal genau mal gucken. Guck mal hier. Richtig cool gemacht, ne? Das erinnert mich an diesen, ähm, es gibt, äh, aber Digger, ich fange jetzt an. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mir fällt der Name nicht ein. Ihr kennt doch hier von Looney Tunes den, äh, Mä, 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 Typ, ne? Ich weiß nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Nie wüsste, was ich meine, ne? Bä, Bä, und dann pschu. Ne? Da gibt es doch auch so eine, äh, so ein Auto, äh, wo der auch so drauf ist, ne? Das Auto hat auch so einen speziellen Namen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde, ich möchte gerne wissen, was das für ein Auto ist, Alter. Das würde ich mal gucken, ob das, ob das, ob es das in Forza gibt, weil das ist auch ein richtig geiles Auto. Guck mal kurz raus hier. Guck mal, das sieht doch mal, äh, wie lang das auch hinten ist. Das ist so geil, ne? Auch hier oben wieder, ne? Fotomodus. Das ist einfach Forza, Jünger. Guck dir das an. Einfach, einfach dieser originale Aufkleber da drauf. Ich kann nicht beurteilen, ob das wirklich original ist, aber, Digga, äh, wie geil ist das denn? Guck mal, der Teppich, Alter, der sieht auch aus wie echt, Mann. Das ist schön. Und ich finde auch cool, der hat auch hinten so einen kleinen fetteren Hintern, ne? Wenn man das so ein bisschen von der Seite sieht. So geht's hinten so ein bisschen weiter raus. Das ist geil. Aber hier nochmal gucken. Oh, was hat denn, Alter? Ist das hier nur orange? Alter. Jo, Hemimotor drin, ne? Den Innenraum haben die auch wieder gut hingekriegt, finde ich. Auch diese, dieses Ansaugsystem ist auch so interessant, ne? Weil der hat zwei Lufthutzen und dann kommt einmal von links von dem Orange in die Luft rein, einmal von rechts die Luft rein und in der Mitte wird das dann im Kreis verwirbelt und dann kann der Luftfilter das da ansaugen im Kreis. Das ist halt voll geil, ne? Ey, Junge. Er hat halt wirklich eine durchgehende Sitzbank vorne, ne? Perfekt für Autokino hier, Mann. Ja, was er auch für den Schalkenauf hat hier. Was denn das für ein Ding? Das kannst du richtig wie so ein, wie so eine Pistole so festhalten. Zack, zack. Also die Farbe finde ich ja auch schon mal so geil. Ich glaube auch ähnlich, dass wir die ändern werden. Ja, das können wir ja wieder Forsa Moped drauf machen. Geht gar nicht, finde ich. Ne. Ist auch das klassische Ding hier. Ne. Motorhaube. Das ist halt eigentlich cool mit den zwei Lufthutzen. Das ist halt so das Merkmal von dem Auto, ne? Das sieht aber auch schon wieder so geiler aus, Mann. Oder wir... Ich habe eine Idee, Alter. Wir machen das. Dieses Mal verpassen mit dem Ding aber einen Kompressor. Das können wir machen. Was haben wir jetzt hier für einen Motor drinnen? Sieben Liter V8. Es gibt wahrscheinlich auch so die ziemlich die gleichen wie letztes Mal. Ja. Ich glaube, der war nicht dabei. Kein Plan. Ich lasse auch den Motor hier drinnen. Ich finde den nice. Aber diesmal will ich den auf jeden Fall aufladen. Bisschen Aufladung muss da noch rein. So. Optisch kannst du auch wieder nicht viel machen. Ich würde auch... Bei dem Wagen, Digga, das ist einfach ein Klassiker, ne? Lass uns den auch einfach tiefer legen. Felgen eventuell. Mal gucken. Sind zwar Oldschool, aber die sehen irgendwie so aus, als wäre das die Bilo-Edischen von dem Wagen. Guck mal hier. Das kann man noch machen. Speedline Kurse F1. Das geht doch eigentlich an dem Wagen. Das passt doch. Das nehmen wir mal. Auch matt finde ich auch eigentlich cool. Passt auch. Und eben auch diese weiße Schrift. Das sieht auch geil aus. Die müssten aber auf jeden Fall größer, ne? 17 vielleicht. 18 könntest du sogar auch noch machen. Die Frage ist, wie sieht das aus, wenn der Tief ist. Ne? Wir nehmen erst mal 18. Hinten natürlich auch. Spurplan können wir auch direkt mal reinhauen. Das ist auch bei den alten Autos echt ein Herpes, ne? Hauen wir hier auch erst mal die Reifen drauf. Die passen auch dazu, genau. Fette Latschen noch drauf hier. Hinten... Boah, hinten ist aber richtig was los hier, ey. 35, 45er hinten. Alter Vater. Guck mal. Jo, da hat man einen dicken Schatten hier, ey. So, Leistung. Da müsste jetzt ein bisschen mehr gehen hier. Wir haben 488. Der Kompressor ist aber schon drin, ne? So. Ist ja auch cool. Guck mal hier, ne? Vergaser. Weil das ist einfach angepasst. So, das ist auch... Ne? Das Spiel merkt halt, okay, ist ein altes Auto. Der hat halt einen Vergaser und den kann es so tun. So, ne? Ist doch geil, ey. So, hier noch ein bisschen was. Blablabla. Nockenwellen. Gibt es auch eine dicke hier. Geil. Auspuff. Oh, jetzt fällt mir ein, ich habe in dem letzten Auto den Auspuff vergessen. Scheiß drauf. Jetzt denke ich aber dran. Jetzt denke ich aber dran. So, 7,5 Liter. Komm, wir behaupten einfach, ich habe das bei dem letzten Video extra weggelassen, weil er sich scheiße angehört hat. Kompressor bringt nicht viel. Das ist schade. Nur 72 PS. Okay. Oh, man hat noch alles rein hier. Zack, zack. Jetzt aber Auspuff hier so. Das Ding bewegt sich auch wieder, ne? Ist das selbe? Das ist alles dasselbe. Das ist alles dasselbe. Das macht keinen Unterschied. Okay. Also, hier packen wir auch. Wir haben auch gelochtet drauf hier. Rennen. Da gibt es noch ein bisschen tiefer gleich in der Einstellung. Stabis rein. Blub, blub. Hier würde ich auch keinen Überrollkäfig reinbauen. Ich will den auch so lassen. Ich finde das voll geil. Oh, noch ein bisschen abspecken. Was haben wir denn vorher? Oh ja. 1,6. 1,33. Gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen hier auch ganz normal das Sportgetriebe. Das Ding ist, du kannst das bei dem, wenn der jetzt auch krassere Optikteile gehabt hätte oder du die noch krass tiefer gemacht hättest, weiß ich, dann hätte ich irgendwas anderes gemacht. Aber du musst mal gucken, was du hier für Möglichkeiten hast. Und hier hast du leider nicht so viele Möglichkeiten, ne? Das war schon alles drinne für 80.000. So, geht er noch tiefer oder nicht? Er geht noch tiefer. Okay, wow. Ein paar Millimeter. Ja gut, okay. Hat übrigens 780 PS. Könnte schon mal interessanter werden jetzt hier. Mal gucken. Ganz anderer Sound wieder, ne? Opressor hört man obenrum auch ein bisschen? Naja, man hört schon vorher, aber ganz leise. Jäger. Hier, hörst du den Kompressor gar nicht mehr? Okay. Okay, mal eine stillige Runde machen. Ja, ich fahr ja schon weg. Beruhig dich, Junge. Was hat ich denn jetzt? Auto sammeln. Jetzt müssten wir auch wieder einen Fünfgang drin haben. Es ist genau wie bei dem Barracuda, ne? Der macht auch diese komische Schaltung hier. Diese Rüttelschaltung. Einmal am... Einmal am Hebel wackeln. Gang ist drinne, passt. Es ist genauso geil wie bei dem anderen Auto. Du kannst hier schön so chillig rumfahren einfach, ne? Ich hab nicht viel Gas gegeben, ne? Aber merkt der Kompressor hat Bock. Junge, der Kompressor-Sound! Was ist das für ein Kompressor-Sound, Digga? Richtig geil. Der drückt ja richtig von unten rein, ne? Oh, 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 oh. Viel geht ja nicht mehr, ne? Aber 300 Stunden vielleicht. Boah, ey. Ey, jetzt kommt ihr jetzt... Nee, Alter, jetzt kommt ihr in Sandsturm, oder was? Oh, nee. Ach, du Scheiße. Ja, jetzt hätte ich ja gerne dann für danach eine Waschstraße auf der Map. Oder mehrere, wo ich mal hinjogeln könnte zum Waschen. Wäre eine geile Sache gewesen, ne? Alter. Das geht gar nix. Hä? Ich fang nicht weiter, ne? Guck mal. Ich glaub, der schafft die 300, Alter. Aber ob du das damit fahren willst, weiß ich auch nicht, ey. Es wird immer lauter. 300. Easy. 310. Feierabend. Der Sound, Alter. Der Sound. Opressor, Mann. Geil. Ich bin mal gespannt, ob der von der Performance so ähnlich ist wie der andere. Ich glaub, mit dem haben wir mehr Probleme hier, ey. So, hier ist auch wieder die Traktion an, obwohl er wahrscheinlich auch keine hatte früher, ne? Aber egal. Yo, willst du denn hin, Alter? Hier ist keine Rechtskurve. Er driftet einfach weg. Ah ja, komm. Da vorne fährt so ein neumodischer Aston Martin rum, oder was das sein soll, vor mir. Oder was ist das? Ja, doch, ne? Dagegen soll ich jetzt mit der alten Budi anstinken, oder was? Oh, wir schaffen das, ne? Oh, da ist die Kurve. Okay, alles klar. Alles klar. Das habe ich nicht gesehen. Alter, ist das ein Königsekt nach vorne? Ist ja nicht euer Ernst. Oder? Oh, scheiße. Mann, ey. Ja, und Aventador, Alter, genau. Komplett realistisch, Alter. Ist absolut realistisch, das faires Rennen hier. Fährt sich aber eigentlich ganz nice. Nice. Ja, du musst da auch fahren, ne? Fährt eigentlich ganz nice. Habe ich jetzt schon mal mir vorgestellt. Das Ding ist klar. Wenn du jetzt anderen Motor reinhaust und was ich noch alles machst, ne? Dann kannst du das wieder nicht fahren. Was ist hier los? Was stimmt denn mit dem nicht, ey? Guck mal, der Erste da vorne fährt auch safe in Königseck, oder nicht? Wenn ja, dann frage ich mich aber, warum der so langsam ist. Ja. Gehst euch doch mal hier, ey. Lange haben wir nicht mehr Zeit. Ich muss doch gleich mal beholen, hier. Jetzt vielleicht? Oh, scheiße. Bremsen sind echt schlecht. Irgendwie gar kein Griff dafür. Das ist ein Königsecker, da. Irgendein Alter. Nee, ist gar keiner. Doch. Nee, hä? Bin ich jetzt bescheuert, oder was? Das gucke ich mir doch mal kurz an. Und das ist ein Königseck. Doch, ja, das habe ich doch richtig gesagt. Was ist denn das für einer? C, C, G, bla, C, C, 8, S. Ja, moin, Digga. Ich kenne mich mit den alten nicht aus. Oh, ja, perfekt. Perfekt. Verpissig. Ich muss gewinnen, Junge. Boah, 10% noch. Ja, ich schaffe das nicht mehr. Der ist so schnell. Ja, leck mich. Oh, reingeflogen, Alter. Guck dir das an. Guck dir das an. Reingeflogen einfach. Geil. Ja, Leute. Bei denen hat sich jetzt auch, finde ich, auch kein richtiges Rennen da jetzt gelohnt. Also, was weißt du, da fährst du 10 Jahre mit dem Ding da über meine Strecke, bis du da mal am Ziel angekommen bist. Dann lieber so, ne? Und das ist ja eh kein Auto, wo du sagst, ey, das mache ich jetzt hier voll auf Performance und dann gewinne ich jetzt hier das Rennen mit. Kannst du vielleicht machen. Aber da habe ich keinen Bock drauf, Digga. Das passt für mich nicht zu dem Wagen. Er soll schön in seinem Chill-Territorium bleiben. Dann passt er auch dahin. So, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Hört rein. Hört zocker. Ciao, ciao. Hört zocker. 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 Hört zocker.